Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin gestern ordentlich unter Druck geraten, wir sind in der Spitze bis auf 26.300 US-Dollar gefallen, die Märkte sind extrem schwach auf der Brust. Nicht nur Bitcoin, wobei Bitcoin auch einigermaßen eigentlich stabil ist, die Stockmärkte komplett unter Druck geraten. Also wir haben gestern sehr sehr starke Abverkäufe gesehen, gleichzeitig natürlich noch am Mittwochabend natürlich auch noch. Also der Markt ist momentan wirklich shady unterwegs meiner Meinung nach. Es ist komplett schwer meiner Meinung nach irgendwelche Long-Einstiege zu finden, Short-Einstiege sowieso, weil die Order einfach immer noch nicht abgeholt wurde. Wir sind immer noch bei, oder wir haben jetzt Freitag, das muss man auch dazu sagen, Freitag ist jetzt noch in irgendwelche Trades zu gehen, extrem riskant. Wir versuchen irgendwie das einigermaßen aufzuschlüsseln, wie es möglicherweise weitergehen könnte. Bevor wir jedoch starten Leute, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News oder auch Signale von anderen, wie Micha zum Beispiel mit Forex oder so, kommt da gerne rein. Ihr könnt jederzeit gerne Fragen stellen natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Trading, Strategien etc. Kommt da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung und weiterhin gibt es natürlich die Bing-Exaktion. Wenn ihr 100 USDT einzahlt, kriegt ihr mindestens schon mal 50 USDT als Freetrade. Die könnt ihr verzocken, könnt die Börse austesten. Damit unterstützt ihr mich, damit unterstützt ihr euch, weil ihr ein bisschen zocken könnt. Auf, ja hier mit den Freetrades. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse und wie gesagt, Bitcoin bei 26.600 US-Dollar. Jetzt haben wir eine leichte Erholung gesehen, nachdem wir gestern kurzfristig bei 26.300 US-Dollar waren. Positiv oder das einzige Positive, was sich hier momentan so einigermaßen ableiten lässt, ist, wir haben kein tieferes Tief gebildet. Also wenn wir uns hier dieses Tief angucken, es wurde nochmal angetestet hier bei 26.375 Dollar und das war es dann auch schon wieder. Wir haben keinerlei Volumen momentan im Markt. Nachdem wir es hier oben nicht geschafft haben, die 27.4 abzugrasen, war mir der Short, ehrlich gesagt, auch ein bisschen zu riskant. Wir hatten am Mittwoch drüber gesprochen im Livestream, als dann der Zinsentscheid kam, dass ich maximal gesehen habe, okay, die 28.2, 28.3. Ihr seht das Short-Setup hier, was wir im Livestream auch noch besprochen haben. Da hat sich aber dann auch nichts mehr bewegt. Der Markt war komplett unter Druck. Hat natürlich auch damit zu tun, wenn wir uns die XY anschauen, der komplett to the moon gegangen ist nochmal. Abverkauf, Pump, das hat natürlich einerseits natürlich die Kryptomärkte unter Druck gesetzt, andererseits auch die Stockmärkte, die komplett an Boden verloren haben, die jetzt vorzeichenmäßig wieder ein bisschen positiver sind im Laufe des Morgens. Aber trotzdem, es ist momentan wirklich riskant, hier irgendwelche Trades zu setzen. Wir haben keine, meiner Meinung nach, keine klaren Strukturen, wie wir hier im Endeffekt am besten Long oder Short gehen könnten. Wenn wir uns jetzt einfach mal das FIP nehmen, grundsätzlich Trend ist schon mal gebrochen, aber es ist nur eine Linie. Solange wir kein tieferes Tief haben, ist der Trend grundsätzlich intakt, zumindest kurzfristig, waren oder sind wir immer noch in einem Aufwärtstrend, grundsätzlich Bullish. Aber wie gesagt, diese Struktur, die wir hier seit, wenn wir jetzt mal diesen WIG hier außer Acht lassen, seit 18. August haben, also seit über einem Monat, sind wir komplett seitwärts. Keine richtigen Long-Impulse, weil dieser WIG hier unten noch ist, den es zu füllen gibt. Nach oben hin gibt es einfach zu viel Short-Positionen, beziehungsweise Short-Möglichkeiten, die aber jetzt oder nach jetzigem Stand einfach mir persönlich zu riskant sind. Diesen Bereich hier zu shorten, hätte er absolut in die Hose gehen können, weil das meiste Volumen eigentlich erst hier oben bei den 28.2, 28.3 anfängt. Dann, wo eben dieser Zinsentscheid war, hatten wir im Endeffekt auch hier noch ein bisschen die Hochs, die einigermaßen Volumen haben, zu füllen. Auch die hat sich der Markt nicht mehr geholt, ist nach unten hingegangen. Funding-Rates sind absolut neutral. Also auch hier können wir nicht ablesen, wie der Markt momentan einfach drauf ist. Auf jeden Fall, auf was ich jetzt hinaus wollte, ich wollte jetzt nicht eigentlich zu viel um den heißen Brei rumlabern, wenn wir uns jetzt mal das FIP-Level ziehen, sehen wir, okay, wir sind jetzt gerade am 0,382, ist auch keine Long-Möglichkeit. Das Einzige, wo immer noch im Raum stünde, ist einfach hier das 0,5er, beziehungsweise das Golden Pocket. Diese Area, die wir im Endeffekt jetzt auch schon wieder seit, ja, eineinhalb Wochen hier im Blick haben, wo ich eigentlich darauf warte, dass wir diesen Bereich mal triggern, um möglicherweise eine Long-Position abzuzielen. So, wenn wir jetzt mal in den größeren Timeframes gucken, was wir auch im Live-Film besprochen haben, könnten wir sagen, okay, wir haben hier einen doppelten Boden, der aber auch absolut shady ist, meiner Meinung nach. Also einerseits natürlich mit diesem Riesen-Wig, der früher oder später, ich kann es nicht oft genug wiederholen, früher oder später wird dieser einfach abgefischt. Ist einfach so. Deswegen, das ist so dieser zweite Punkt, der immer noch so ein bisschen auf der Kippe steht. Und auf Daily-Sicht, Volumen ist einfach im Keller. Ja, wir haben kein Volumen, wir haben eine riesige Seitwärtsphase, die immer nur geprägt ist von ein bisschen mehr Longs, ein bisschen mehr Shorts, aber so ein richtiger Impuls fehlt uns auch und da bringt auch dieser fett Zinsentscheid nichts. Die Zinsprognose natürlich hat ihren Teil dazu beigetragen, dass die Kurse jetzt etwas nach unten gegangen sind, aber auch nicht übertrieben. Also ihr seht, es ist einfach komplett schwer, hier irgendwelche gescheiten Einstiege zu finden. Für mich ist einfach dieser Short-Bereich hier oben bei 28,2, 28,3 rum, um diese Hochs und natürlich auch dieses Short-Volumen, was wir hier drüben auch noch sehr, sehr stark vorhanden haben, auf den 4 Stunden, auf den 1 Stunden, einfach noch abzufüllen. Alles andere, hier jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen zu versuchen, dass wir hier jetzt in eine Long-Position reingehen, ist extrem risikoreich. Und ihr wisst, ich versuche Risiko zu vermeiden, auch wenn das bedeutet, dass wir momentan hier bei Bitcoin kaum oder gar nicht in irgendwelche Trades reingehen. Das ist mir zu riskant. Und ich warte jetzt erst einmal noch vielleicht die nächsten Stunden ab, sollten wir, das ist jetzt die einzige Möglichkeit und was eigentlich der Sinn von dem Ding jetzt ist, nochmal tiefer gehen. Das heißt, nochmal die Liquidität abgrasen, nachdem wir dieses Tief hier drüben nur mal kurz angewickt haben. Das heißt, wir haben kein tieferes Tief gebildet. Wir sind kurz vorher, 1 Dollar vorher gestoppt. Sollten wir die Chance kriegen, so einen kleinen doppelten Boden zu bilden, können wir mit, in Anführungszeichen, einigermaßen Risk, müssen wir aber auch den Stunden-Close abwarten, hier möglicherweise eine Long-Position probieren mit 1% Risk. Es ist sehr, sehr viel. Dieses Risiko müssen wir aber eingehen, weil wir hier auch nochmal so ein bisschen Volumenansammlungen haben, die wir auf jeden Fall natürlich mit dem Stop-Loss schützen müssen. Also, das ist so die einzige Möglichkeit. Step wäre dann, sollten wir diese Chance kriegen, dass wir zumindest mal eine Erholung kriegen bis ungefähr 26,9. Ihr seht, es geht hier nur um 300 Dollar. Es sind keine riesigen Mordsbewegungen, aber es wäre ein möglicher Einstieg für uns, den wir uns eventuell mal festhalten könnten. Ziehen wir uns dann noch das FIP von unserem Top zu unserem derzeitigen Low, müssen wir gegebenenfalls dann nochmal minimal anpassen. Sehen wir auch, okay, das 0,5 liegt hier, das Golden Pocket liegt hier und da kommt es dann drauf an, brechen wir durch, ist die ganze Sache bullish, dann können wir auch wieder über die 28,2, 28,3 reden. Ansonsten sollten wir rejected werden und es wäre dann auch grundsätzlich Take Profit 1, Stop-Loss Entry, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach nochmal weiter runter geht. Aber auch der Short in so einem kleinen FIP wäre mir persönlich einfach zu riskant. Also, da müssen wir jetzt gucken in den nächsten Stunden, wie reagiert der Markt. Newstechnisch haben wir heute meiner Meinung nach sehr, sehr wenig. Wir können es nochmal ganz kurz aktualisieren, was heute ansteht. Ich glaube, EU ist nochmal ein bisschen Einkaufsmanager-Index, könnte für Forex-Händler ein bisschen interessant sein, aber auch da bin ich jetzt gerade mal ein bisschen raus. Aber ansonsten seht ihr schon so, gar keine News-Hall, die noch irgendwas bewegen könnten. Ja, ansonsten, Ethereum können wir auch mal ganz kurz angucken. Hat sich nichts geändert im Gegensatz zu den letzten Tagen. Wir sind mitten im Nirgendwo. FIP-Level kann man hier möglicherweise ein bisschen besser ziehen, wenn wir uns das mal angucken. Da sehen wir, okay, Golden Pocket, aber weiß ich nicht. Ich halte mich von Ethereum einfach fern. Mögliche Einstiege wären aber auch hier das Tief einfach nochmal anzutesten, weil wir hier noch die kleine Ineffizienz haben. Die seht ihr hier drüben, die wurde noch nicht ganz gefüllt. Also auch hier würde ich warten, nochmal einen Tief in Effizienz füllen und dann zumindest mal einen Push in Richtung 1.616 US-Dollar. Ein Stop-Loss. Für alle, die es interessiert, müssen wir gucken. Wären 2,5 Prozent, das ist sehr, sehr viel meiner Meinung nach. Aber das ist eigentlich gerade das einzige Setup, was ich für euch raushauen kann. Gut. Ansonsten, wie gesagt, News-Technisch. Ich brauche jetzt keine News-Seiten aufmachen. Es gibt momentan keine News, keine wichtigen News. Alles andere wäre nur drumherum gelabere. Und ja, später kommt dann noch XRP-Update und natürlich eine neue Podcast-Folge. Es ist Freitag um 12 Uhr. Jeden Freitag um 12 Uhr kommt die neue Podcast-Folge online. Zieht euch die auf jeden Fall auf Spotify, Apple, Deezer, was weiß ich, wo es halt überall Podcasts gibt. Gerne rein. Heute ein wichtiges Thema KI und AI. Hört euch das gerne an. Würde ich mich darüber freuen. Liked und teilt und folgt dem Podcast. Auch die Links dazu unten in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, für alle, die später kein XRP interessiert, wünsche ich schon mal einen guten Start ins Wochenende. Wir hören uns trotzdem später nochmal. Bis dahin. Liked da lassen. Abo da lassen. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.